Musik Aus der Zeit gefallen zu sein. Vielleicht hast du das Gefühl, dass die Zeit wie rückwärts läuft. Oder vielleicht würdest du die Zeit gerne zurückdrehen, weil früher in alter Zeit, in der Lunaren Zeit war es so, dass wir verbunden waren mit den Prinzipien dieser zirkulären, mystischen, lunaren Zeit, zyklisch, verbunden mit der großen Urmutter, mit ihren Zyklen, eingebunden in dieses große Ganze, in ihren täglichen Wandel von Tag und Nacht und der Jahreszeiten und der großen astrologischen Zyklen. Doch wir Modernen, wir haben die Mystik für all das verloren, haben den Sinn verloren, uns die Sinne vernebelt, haben uns schachbrettartig unsere Wohnstätten aufgebaut, linear, kausal, alles ganz klar durchgetaktet. Und wir haben die Nacht zum Tag gemacht, wir haben auf Geschwindigkeit statt auf Einfühlung gesetzt. Und all dies ist dir schon lange bewusst, denke ich. All dies hast du schon lange instinktiv gespürt, dass hier zwar viel in Bewegung ist, aber nichts in der Tiefe wirklich bewegt wird. Und je mehr im Außen in Bewegung zu sein scheint und je schneller sich das Rad dreht und je mehr Sensationen und Impulse von außen kommen, hast du vielleicht das Gefühl, dich umso mehr zu verlieren in einer inneren Landschaft aus Trümmern und alten Ruinen, wo nur noch ein blasser Schimmer des einstmaligen Glanzes zu finden ist. Ja, und in den Gebäuden, in den Türmen, in den heiligen Tempeln, in ihren Bildern und Symbolen, findest du möglicherweise nicht mehr das wieder, wonach es dich wirklich sehnt, wonach es dich drängt. Vielleicht, weil du den Code, die Chiffre verloren hast. Vielleicht, weil es irgendwie zwar groß, pompös, da steht, dich anschaut, aber du das Gefühl hast, dass du nicht wirklich gemeint bist, nicht wirklich einbezogen bist. Oder weil du das Gefühl hast, diese Verbindung nicht mehr zu besitzen. Die vielleicht diese Menschen hatten, die bestimmte Gebäude erbaut haben, die einen bestimmten Geist einmal besessen haben, mit dem sie in der Lage waren, diese Dinge zu bauen. Vielleicht spürst du, wie wir in der Kultur auch für das eigene Kulturgut den Sinn verloren haben, in all der, ja, auch kulturellen Selbstverachtung, die wir ja immer wieder auch zu hören bekommen, in all der Selbstverachtung, die uns eingebrannt wird von frühesten Jahren an. Möglicherweise spürst du, dass in all diesen Verleugnungen, in all diesen, ja, vergessenen Säulen, die uns ausmachen, in all diesen Gestalten, die uns Tag ein, Tag aus auch in den Städten dieser Welt begegnen, dass wir dort uns nicht mehr wiederfinden. Und das ist tragisch auf eine gewisse Weise, denn oft sind es Archetypen, die noch nach wie vor ihre innere Weisheit und Intelligenz tragen und die uns verweisen auf dieses tiefere, dahinterliegende, was auch in uns selbst zu finden wäre, die uns darauf verweisen, dass auch wir einen Zugang haben, potenziell haben oder zumindest haben könnten zu diesen tiefer liegenden Essenzen und Qualitäten. Und so ist es vielleicht die Aufgabe eines jeden modernen Menschen heute, mehr, denn je, mehr als es je war, einen Weg zu beschreiten nach innen, einen Weg der eigenen Essenz. Und es ist ein, kein punktueller Weg, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess. Wie die Heroen von damals, von einst, müssen wir wohl auch wieder aufbrechen, in die Welt hinausgehen und uns den Ungeheuern stellen, die allerdings in der Regel nicht so sehr im Außen zu finden sind, sondern vor allen Dingen als Chiffre in uns selbst zu finden sind. Denn das, was diese alten Mythen uns sagen, wollen, mitteilen, das ist ein Gut der gesamten Menschheit und wir finden es rund um den Globus in all ihren Gestalten, sowohl in maskulinen als auch femininen, als auch in androgynen Gestalten, wie beispielsweise Shiva oder Dionysus. Ja, und wir finden es dann vielleicht auch wieder eher in den Städten, in denen wir leben, in den Säulen unserer Gesellschaft, in dem, was uns ausmacht, was auch unser Fundament ausmacht und wir brauchen vielleicht gar nicht so sehr mehr nach außen gehen, auch vielleicht nicht so sehr in andere Kulturen zu schauen und zu suchen. Oftmals scheint dies doch nur ein Ersatz zu sein. Diese Suche im Fernen, im Fremden, in der Hoffnung ist dort zu finden, was doch die ganze Zeit in uns selbst schon angelegt und vorhanden war. In der anderen Kultur kann man natürlich, wie auch einst Hermann Hesse, vielleicht das finden, was man in der eigenen Kultur aufgrund der Konditionierung, der Zudeckung und Zuschüttung, kann man vielleicht das finden und dann einen Rückweg finden, wie Hesse damals schrieb, zu sich selbst, zu dem eigenen, was quasi in uns sowieso schon vorhanden war und angelegt war, über eine neue Chiffre oder Kodierung im Außen. Weil wir zu sehr in einer Matrix aus Bewertung gefangen waren, konnten wir vielleicht das eigene, was wir einmal hatten, nicht mehr wahrnehmen oder erkennen und mussten dafür etwas anderes mystifizieren. Aber am Ende verweisen all diese Chiffren im Außen immer nur auf diesen eigenen inneren Weg, diesen Zugang, den es gilt, zu finden, den du finden sollst in diesem Leben. Oder anders gesagt, der du selbst bist. Denn dieser Zugang ist nicht irgendetwas Magisches oder Mystisches im Außen. Das Außen ist immer nur eine Metapher für den Weg nach innen. Es ist nur eine Gehhilfe, eine Krücke. Es ist ein Code. Es ist ein Verweis. Vielleicht auch ein Verweis auf die Matrix, in der du bis dato dich aufhältst und gefangen bist. Oder es ist ein Verweis auf das, was du bis dato noch nicht gesehen hast. Was dich einlädt einzutauchen in ein Schwingungsfeld, ein Muster, eine Frequenz, in ein Tuning, ein Feintuning deines Nervensystems, deines Gehirns, deines Stoffwechsels, deiner Synchronicitäten in dir, deinem Gewahrsein, deiner Achtsamkeit, aber auch ganz pragmatisch in die Funktionsweise deines Gehirns. Denn dein Gehirn ist ein Steuerorgan, ist eine Fernbedienung. Es ist nicht der Ort des Bewusstseins, aber es ist der Zugang, ist der Decoder in das kosmische, universelle, große Bewusstsein. Das eine ist wie ein Empfänger, mit dem du empfangen kannst, genau wie du mit deinen DNA-Strängen, wie Antennen empfangen kannst. Das große Spiel des großen Ganzen, die fließenden Bewegungen des Lebens, wie ein großer Ein- und ausatmen, wie ein großes Fließen, ein großes sich aufbäumen und wieder zusammenziehen, wie ein Atemzug, der seit der Ewigkeit durch alles hindurchströmt, durch jedes Lebewesen, jeden Stein, jeden Kristall, jedes Licht, das dich erreicht, auf dich einströmt, das Licht der Welt, das Licht des Erkennens, des Erschauerns, ja, und des Lebens an sich, denn alles ist Licht. Und du kannst das Licht ganz bewusst in dein Leben holen und einladen und dich auf das Licht fokussieren. Natürlich nicht ohne die Dunkelheit dabei ebenfalls in Betracht zu ziehen, nur dich von der Dunkelheit nicht mehr lähmen lassen, komplett vereinnahmen lassen, ängstigen lassen, sondern eben auch den Fokus auf diese Hinbewegung zu haben, die das Licht ausmacht. Diese Hinbewegung, dieses Strömen. Diese Lebenskraft. Alles ist ganz natürlich. Es ist alles ganz natürlich da. In dir. Und in mir. Und in der Begegnung. Zwischen dir und mir oder dir und jemand anderem. Oder einem anderen Lebewesen. Und selbst wenn es noch so kalt scheint draußen in der Welt, auch hier ist ein großer Schatz geborgen. Wir können, ganz gleich, wie unwirtlich die Situationen gerade sind, von ihnen etwas lernen, an ihnen wachsen und reifen und uns von ihnen mittragen lassen, in ihrem Rhythmus. Vermutlich ist das ein wesentlicher Teil dessen, was sie Sinn nennen, den Sinn des Lebens nennen. Und der Sinn des Lebens, diese Ur-Lebenskraft, sie fließt, die ganze Zeit. Fließt ganz einfach dahin, zwischen den Steinen des Lebens. Oftmals kommt es zu Blockaden in diesem Weg und dann ist es unsere Aufgabe, hier einen Schritt nach vorne zu gehen, einen Schritt weiter zu gehen und andere Ebenen anzusprechen, um wieder mehr in diesen Fluss zu gelangen. Und manchmal sind diese Blockaden kollektiver Art und manchmal sind es Blockaden individueller Art oder archetypischer Art, transgenerativer Art, die vielleicht auch in unseren Zellen an uns weitergegeben worden sind. Und wenn wir diese Konflikte anschauen, ich will nur nicht immer sagen lösen, ich will nur sagen uns konstruktiv mit ihnen bewegen, dann kommt es in uns auch wieder in den Fluss, in einen natürlichen Ausgleich. Wenn etwas nicht im Fluss ist, verlangt es von uns anscheinend, dass wir uns mehr diesem Fluss wieder hingeben, dass wir wieder mehr selbst in unserem Innersten ins Fließen kommen, damit auch unser autonomes Nervensystem wieder mehr in die Lage versetzt wird, sich in Sicherheit zu fühlen und gut im Hier und Jetzt zu sein. Das ist vielleicht ein wesentlicher Teil, den das Leben ausmacht und es ist auch ein wesentlicher Teil dessen, was die Arbeit mit dem Hypnagogen Atmen und dem Hypnagogen Licht ausmacht, was aber auch die transpersonale Prozessarbeit ausmacht. eine Hinwendung zu dem, was schon immer da war, da ist und auch immer da sein wird, ganz gleich wie stürmisch im Außen die Welt auf uns einprasseln mag und wie sinnlos oder sinnleer sie zu sein scheint. Denn der Sinn liegt tiefer in uns und wir müssen ihn uns selber geben und selber finden, ein jeder für sich. Und dabei Menschen zu begleiten, ist meine Aufgabe. Das ist aber auch nicht mehr. Und dabei ist eine Vergebung, die Rolle die Welt